Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Kaum sind Weihnachts- und Neujahrsfesttage vorbei, konzentriert sich Luzern auf das nächste grosse Highlight, die Fasnacht. Darum wird jedes Jahr am 2. Januar einer der höchsten Fasnachtler, der neue Weizunftmeister, feierlich erkoren. So auch heute am Boot der Weizunft. Der Weifrost ist mit dem Alarmalag-Spezialist Robert Mattis dieses Jahr in Sicherhand. Ja, das ist natürlich so. Alle gut geschützt und bütet. Und das Motto ist auch dementsprechend nachher. Fasnacht mit Mattis, der führt dich sicher über das Glatteis. Man muss auch nicht Angst haben, dass die Kette wegkommt und sie sicher perfekt gesichert dieses Jahr. Ja, das auf alle Fälle. Da fängt man zu pfeifen, wenn die ein cm vom Hals weggeht. Hey, den kennen wir doch. Das ist doch der Oberglöckli-Frosch von der Weizunft. Der hat uns doch vor ein paar Jahren mit seiner Sicherheitsanlage in die Kiste gebracht. Der schnappen wir uns jetzt! Richtig! Robi! 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 Wie kommen wir als Aargauer überhaupt zu den Luzerner Fasnacht? Ja, als Aargauer kommen wir dazu, wenn wir einmal in der schönen Luzerner Gokku wohnen, einmal die Fasnacht besucht. Heihe! Reko! 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 Unglaublich, was da gerade passiert ist. Der Weizunftsmeister und sein Weibler sind da von dem Rest schon an dem Viertol. Reko! G spielt das riesig mit den Viertol damit. Es wird fahrlich aber marvel imражium. Es geht deshalb wirklich nicht ganz hardart. Nein ich kann auch nichts sagen, auft began. Du schickst das Kind, Paar und materialisiert. Es geht wie auch nicht. Eingliere keluhalten! Und wenn die Führer das ja die Fasnacht verhindern. Christoph Sticher, Leiter der Task Force, was ist eigentlich los momentan? Der Ehrenfestige Weizumpfmeister und der Stammfestige Weibel sind tatsächlich entführt worden. Wir Neuzünftler haben eine Kurzausbildung bei der Freie Sicherheit absolviert. Und wir werden den Ehrenfestige Weizumpfmeister und auch der Stammfestige Weibel rechtzeitig vor dem Gdismändig finden. Das ist unser neues Ortungssystem. Mit der Testperson Robert Mattis haben wir das selber eingepflanzt. Er hat das Gefühl, als Zunftmeister der Weizumpf braucht er das. Mit dieser Schulung, die ihr jetzt gehabt habt, könnt ihr mit euch ein Gerät das jederzeit aufspüren. Und so findet ihr den Robi auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Wir haben heisse Spuren. Wir haben hier den Weizumpfmeister und auch der Stammfestige Weibel rechtzeitig vor dem Gdismändig zurückbringen. Super, danke schön. Und wir haben dazu auch noch Passanten gefragt. Sie, das ist eine Tragödie. Und vor allem für die Weibelfamilie. Also die, die würden noch noch brüllen und hätten Todesangst. Und für den Zunftmeister, also für den seine Frauen, die würden ihn schön vermissen. Robert, wo bist du? Bitte melde dich. Robert, wo bist du? Ja, für die Tradition und die Brauchtung der Luzerner Fasnacht wäre das eine Katastrophe. Das hätte es ja noch nie gegeben. Lass meinen Robert frei. Ich vermisse, ich brauche ihn doch. Bitte lass ihn frei. Also ich glaube an die Weissicherheit und ihre Agenten. Die werden die Fasnacht aufspüren und dann wird die Fasnacht stattfinden. Mein Robert! Sie sehen, das Entsetzen in der Bevölkerung ist riesig. Aber wir vertrauen weiterhin auf die Weissicherheit und die Wirbente. Sie sehen, das ist das Wichtigste. Robert! 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 We'll always love you We'll always love you And I will always love you 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 We'll always love you We'll always love you I will 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 always love you Das ist eine Tragödie Und vor allem für die Familie vom Weibel Das ist doch der Ehre werte Oberste Was sagen Sie dazu, dass da der Weizünftler entführt worden ist? Das ist ja der Ehre-Feste Der Ehre-Werte Glauben Sie an die Weizsicherheit? Der Ehre-Werte Der Ehre-Werte Der Ehre-Werte Der Ehre-Werte Warte, ich habe das Blatt gehört Willkommen zum Fasnacht-Spezial auf Ihrem Zentralschweizer Fernseher Wäre falsch, sorry Ich habe das Gefühl, ich sei stark besoffen Fall auf den Scheiss Willst du den mit dem Seri-Stern auf den Mund? Ja, wegen der Und übrigens die Frauen, die der Weibel ja hat Falsch Falsch Ich habe den Text Falsch 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 Nein, nein, ich muss kurz warten Ich muss kurz überlegen Ich muss kurz überlegen Was sagen Sie dem Führer? Und der Zunftmeister, der würde... Was würde er vermissen? Lass meinen Robert frei! Lass meinen Robert frei! Lass meinen Robert frei! Lass mich noch ein bisschen machen Lass mich noch ein bisschen machen Kann man nicht dieses nehmen, bitte? Hm